Servus, grüß euch, ich bin es der Michael Nikolaus, ich habe ein Rüstermacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne eine Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine vorstellen. Heute geht es mir ein bisschen um die Quickmill Orione, die seht ihr schon, steht eh schon da. Eine ganz beherige, schöne Maschine in einem guten, günstigen Bereich, durchaus eine super Alternative für jeden Feuerautomaten zum Hernehmen und ich erkläre euch einfach mal ein bisschen was, die Vorteile von der Maschine und warum uns die eigentlich da schon ganz gut gefällt. Uns seid ihr freuen, wenn ihr euch das Video anschaut, wenn ihr es teilt, abonniert unseren Kanal oder wenn Fragen habt, kommt einfach bitte zu uns. Wir sind ja Techniker, also wir beantworten euch wirklich transparent an jede Frage. Was wir wissen, müssen wir nachschauen, aber das könnt ihr ja eh. Fangen wir an. Also, die Quickmill Orione ist das, die 3035er, eine ganz schöne Maschine, 32 cm breit, also eine recht viel breiter als ein Feuerautomat, hat aber eigentlich wesentlich mehr Vorteile. Und zwar, wir haben den Vorteil von einer Siebträgermaschine, auf die komme ich gleich zum Sprecher, mit einer integrierten Heizung, einem Durchlauferhitzer. Das sind also die Vorteile von einem Feuerautomaten, der sehr schnell warm wird. Die Espressomaschine wird in drei bis fünf Minuten warm und ich habe auf der Seite die integrierte Mühle drinnen, und zwar auch ein anständiges Scheibenmalwerk und da kriege ich jeden Mal gerade her, und zwar so, dass ich auch den Brühdruck zusammenbringe. Ich habe bei dieser Maschine noch dazu, da vorne ein Brühdruckmanometer, der mir den Brühdruck innerhalb meines Kaffees, meines Espressos anzeigt, und ich damit eigentlich die Mühle auch perfekt so einstellen kann, dass ich auf neun bis elf Bar Brühdruck komme und das hat auch dementsprechend geschmeckt. Also von daher ganz gewandt. Die Maschine gibt es in zwei, drei verschiedene Versionen, die gibt es also noch mit der PID-Steuerung, gibt es die halt auch noch. Also auch ganz gewandt, wenn jemand die Kaffeetemperatur noch ein bisschen anpassen möchte, ist ein anderes Thema, haben wir auch dabei. Bei derer ist es so, die hat es jetzt einfach nicht dabei, ist aber eine schöne gewandte Sache. Bei derer ist es so, da haben wir jetzt, es kann aus den Nähkästchen plaudern, wir haben einen Feuerautomatenkunden, der nicht mehr ganz glücklich ist mit seinem Feuerautomaten, die Brühern halt nicht zum rausbauen ist und ihr wisst es eigentlich selber alle, es ist feucht, es ist warm und es ist dröster und das sind diese drei Faktoren für Flora und Fauna. Der Kunde steht bei uns am Tresen und sagt, hakt mich, ich hast nicht eine Maschine, wo er einen guten Kaffee zusammenbringt, preislich noch relativ günstig ist, in so einem Feuerautomatensektor, aber er hat keine Stauwärme und keine Schummelgefahr mehr. Dann sind wir immer gern bei der Kükmüll, weil das eine ganz bärige, schöne Sache ist. Die Maschine ist eigentlich anzusiedeln zwischen einem Feuerautomaten in der Mitte drin und hinten kommt eine große Siebträgermaschine, die einfach eine Kesselverbauung hat, die einfach ein bisschen mehr kostet, ganz andere Bauteile mit verbaut hat. Aber wir müssen die Maschine ein kleines bisschen in Schutz nehmen, die Maschinen, wenn bei uns in der Reparatur ist, da sind die so 12, 15, 16 Jahre alt, also schon richtig, richtig alt eigentlich. Und dann relativiert sich das auch, dann wissen wir eigentlich auch selber, wir haben eine anständige, gescheite Qualität da drin verbaut. Sonst würden sie nicht so alt werden. Das heißt, wenn ihr auf dem Kalk ein bisschen aufpassen wollt, macht euch die Maschine auch eine Freude. Vom Lieferumfang her, ihr habt bei der Maschine einen schönen, schweren Siebträger. Es ist ein Messingsiebträger, ich habe es vorhin nachgewogen, knapp 500 Gramm. Also ein schöner, schwerer, gescheiter Siebträger, der mal Wärme aufnimmt, Wärme speichert. Genauso wie bei den großen Kesselmaschinen ebenfalls. Auch ebenfalls mit einem 58er Maß. Also steht die großen Maschinen in der Richtung in nichts nach. Kann ich einfach wirklich schön ans Herz legen. Das kennt ihr ja, ich schaue jetzt woanders irgendwo und dann haben die so Plastik-Siebträger oder so, 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 so Alu, ja, also, mündere Qualität. Entschuldigung, Messingsiebträger, eine schöne, schwere Qualität, so gehört sich das. Mit dem Lieferumfang dabei ist natürlich ein Einser-Sieb, das seht ihr da dabei. Und eine zweite Siebträger-Dichtung ist halt auch mit dabei. Finde ich an das Quanten, ist ganz cool. Wenn euch die anderen Quanten nicht mal kaputt geht, einfach austauschen, gar nicht wollt. Das kleine Bürsterl haben wir auch noch mit dabei, einfach für unten zum Saubermachen. Da gibt es noch ein bisschen bessere Alternativen, aber es ist halt mit dabei. Und ihr könnt es auf alle Fälle da unten drunter auch saubermachen. Die Maschine wird einfach da eingeschalten. Die Maschine heizt die auf, drei bis fünf Minuten. Ihr befüllt die über den Wassertank, der ist in dem Fall an der Seite dran. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache, weil wenn ihr bei der Espresso-Maschine hinten den Wassertank gehabt habt, oder beim Feuerartomaten, dann eiert man da so mit drei Liter hinten umeinander. Und das ist da eigentlich ganz gewandt. Eineinhalb, 1,6 Liter fast der Wassertank. Und das ist dann einfach an der Seite zum Einschauen. Die Maschine. Ich habe da ein Scheibenmalwerk, das ich halt auch so verstellen kann. Ich glaube, ich heizt das schon. Und ich kann auch das nochmal so aneinander bauen zum Saubermachen. Ja, die Mühle ist mit drin verbaut. Es ist ein bisschen wärmer. Die Mühle wird also auch so um die 30 Grad haben. Gar kein Ding. Aber für daheim, ich glaube das, das darf man so sagen, für daheim gelangt euch die Maschine, also gelangt den Kunden die Maschine auf alle Fälle. Weil die auch trotz alledem den Mal gerade so zusammenbringen, dass der Kaffee halt auch den richtigen Brühdruck hat. Und auch dementsprechend die Extraktion gescheit gut schmeckt. Ja, technisch gesehen habe ich lieber eine Mühle, die irgendwo außerhalb steht. Weil die halt gar nicht warm wird oder sowas. Aber das sind halt dann wieder zwei Sachen. Und da haben wir halt in dem Fall wirklich, wenn ich einen Feuerautomatenkunden habe, der sagt, Schimmelgefahr, Stauwärme, das sind so ganz wichtige Faktoren. Er braucht eine günstige, gute Alternative und die liegt so in dem 1.000 Euro Bereich. Je nachdem was für Version das nehmen wir jetzt. Ist die eigentlich super gewandt. Also wirklich schön und praktisch. Es läuft dann eigentlich so ab, dass ihr in der Früh mit eurem Siebträger da unten einspannet. Ihr habt da die Malzeitverstellung um den Malgrad. Ich schalte jetzt mal die Mühle ein und die Mühle malt euch ganz normal brav rein. Ihr nehmt den Siebträger raus und das einzige was mir an der Maschine nicht gefällt, ist, dass die keinen Temper hat. Und zwar, die hat den Temper von da unten nach oben. Wenn man von unten nach oben drückt, hat man keine Kraft nicht. Und das gefällt mir eigentlich nicht. Das wäre die einzige Empfehlung, weil ich euch wirklich gerne ans Herz legen würde. Einen gescheiten Temper mit der Hand von oben nach unten tempen. Dann habe ich auch die Tempkraft beinahe. Den Tempdruck. Finde ich vielleicht ein bisschen gewannter. Und dann ganz einmal einspannen den Siebträger und einfach Gas geben. Und schon kriegt ihr euch ein Espresso. In der Transparenz, dass ihr mit dem Brühdruck auch sehen könnt. Das ist euer Malgrad, damit stellt sich auch die Mühle ein. Und dann wieder ausschalten, wenn es euch gelangt. Die Maschine hat eine Teedüse mit dabei. Das ist dieses typische Quick Mill System, das Schwenksystem. Ich glaube, man sieht das da ganz gut. Wenn ich das so rüber tue und schalte die Pumpen ein, dann ist da das Ventil offen. Und ich kriege auf der Seite ganz normal ein Teerwasser. Mache ich das wieder so zu. Ist das Schwenkventil wieder gesperrt oder geschlossen. Dann läuft mir das Wasser wieder beim Kaffee raus. Also das ist eine ganz schöne Sache. Das geht gut. Mehr hätte ich einen Milchschaum. Also die Maschine ist eigentlich eine Kaffee-Espresso-Maschine. Für gelegentlich einmal einen Milchschaum zu machen. Weil es halt ein Eingreiser ist. Das heißt, wenn ich einen Milchschaum machen möchte, zahlt ihr also einen Schalter einfach ein. Dann hat der Durchlauferhitzer einfach ein kleines bisschen auf. Schwenk das rüber. Und kann mir ganz normal einen Milchschaum ziehen. Das geht gut. Das ist überhaupt kein Ding. Ich muss aber dann die Heizung ausschalten. Und dann nochmal wieder be- und entlüften. Es ist also eine ganz schöne, bärige Maschine. Mit dem Hauptaspekt Kaffee-Espresso. 2- oder 30 cm Brot. Vorne das Blech. Und eine kleine Auffangschale mit dabei. Die geht eigentlich ganz gewann. Das ist schön. Und wie gesagt, wenn wir es in der Reparatur haben, die Maschinen, dann sind sie meistens dementsprechend alt. Hat ein bisschen größere Rohdachmesser als wie ein Feuerautomat. Das heißt, weniger Arterienverkalkung. Muss aber trotzdem auch bei uns im Kimgau sehr darauf aufpassen, dass ich halt da ein sauberes Wasser reinbringe in die Maschine. Und dann macht euch die Maschine eine schöne Freude. Wir haben die genau aus dem Fall eben auch da. Weil der Kunde das halt auch gesagt hat. Er möchte eine Alternative haben. Und in dem 1.000-Euro-Bereich könnt ihr einen Feuerautomaten genauso kaufen. Ist gar keine Frage nicht da. Aber in einem Feuerautomaten habe ich halt immer ein geschlossenes Gehäuse. Feuchtwarmdrester. Und das habe ich halt da wirklich gar nicht. Und das ist echt eine ganz eine bärige, schöne Sache. Weil wir halt als Techniker zum Beispiel da drum, wenn wir Maschinen auseinander bauen und nachschauen, halt ganz viele Sachen sehen, die halt dann, wo man halt sagt, naja, Flora, Fauna und solche Geschichten. Und das habe ich in einer Siebträgermaschine grundsätzlich gar nicht. Eine ganz eine bärige Maschine mit einer anständigen, gescheiten Qualität. Die wird mit Sicherheit ein kleines bisschen preislich, ein bisschen höher sein als wir in so einem Discount-Laden, wo es einfach australische Maschinen oder sowas verticken. Aber die Qualität ist etwas völlig anderes. Das könnt ihr euch auch jederzeit zeigen in der Werkstatt. Brauchen wir noch aufmachen. Bin ich transparent, können wir hier zeigen. Also eine schöne Maschine im 1.000-Euro-Bereich. Je nachdem, was für Version das wollt. Die gibt es nämlich auch noch mit einer PID-Steuerung ebenso. Das heißt, ihr könnt also die Kaffeebrühtemperatur auch noch einstellen. Ganz ein besonderes Thema. Noch ein eigenes Thema. Ganz eine bärige Sache. Ich nutze das bei mir zum Beispiel auch. Aber wenn ich jemanden habe, der das noch nicht unbedingt braucht oder sowas, ist das eine bärige Maschine, wo wir uns wirklich schön darüber freuen, dass die so ungenommen wird von den Kundschaften. Wenn euch das ein bisschen interessiert, bitte meldet euch sehr gerne. Wenn ihr Fragen zu der Maschine habt, meldet euch da auch bitte sehr gerne, wenn ihr es reparieren lassen möchtet sowieso. Wir können es euch ans Herz legen. Das ist eine Zwischenmaschine zwischen einem Feuerautomaten mit in wesentlich mehr Vorteilen, wesentlich besseren Geschmack, weil der Mollgrad natürlich auch ganz anders ist. Und die nächste Stufe wäre dann eine Espresso-Siebträgermaschine. Das kommt ein bisschen auf euch drauf an. Wir haben Kundschaften, da gelangt die Maschine im Prinzip ein ganzes Familienleben lang. Wir haben Kundschaften, die nehmen die zum Anfangen her und gehen dann auf die nächste. Also, so wie es ihr einfach ein bisschen baut habt, wie ihr sie halt in die Barista-Szene einsteigen würdet, das könnt ihr auf alle Fälle mit der Maschine ganz genau so. Ich glaube, das war es soweit gewesen. Das war einfach mal so eine kleine Erklärung gewesen, dass ihr einfach mal ein bisschen bescheid wisst, dass wir die echt gewandt und praktisch finden für den jeweiligen Kunden oder für den jeweiligen Aspekt, den man da hat. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn euch das ein bisschen gefallen hat. Bitte gebt uns gerne eine Rückmeldung, ob das so passt, ob euch das so ein bisschen gefällt, ob wir da auch auf der richtigen Spur sind, dass wir das einfach ein bisschen vorstellen und euch ein bisschen herzweigen. Das war es soweit gewesen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und ein schönes Wochenende. Servus für euch.